Schatz, ich habe dieses Kleid für deine Hochzeit gekauft. Du bist nicht eingeladen, Mama. Ich heirate einen reichen Mann aus dem Süden. Deine Hautfarbe passt nicht zu seinem Familienkreis. Die Frau träumte schon immer davon, ihre Tochter in einem Hochzeitskleid zu sehen. Als dann der große Tag kam, schlich sie sich in die Kirche und stellte sich in eine Ecke, neben den Bettlern, als plötzlich... Jetzt möchte ich mich bei der wichtigsten Person in meinem Leben bedanken. Meiner Mutter. Komm her, meine Liebe. In diesem Moment umarmte eine weiße Fremde ihre Tochter. Du hast mich allein aufgezogen. Ich bin stolz auf dich. Und ich möchte dich der ganzen Welt zeigen. Tief verletzt brach ihre Mutter in Tränen aus und zog Daisys Aufmerksamkeit auf sich. Schatz, was ist passiert? Du siehst verwirrt aus. Diese Bettler... Sie verderben mir einfach die Laune. Von diesem Zeitpunkt an brach die Tochter jeglichen Kontakt zu ihrer Mutter ab. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist zurzeit nicht erreichbar. Dann eines Tages erhielt die Frau eine seltsame Textnachricht. Kommt zur Green Street 15. Eingang durch die Hintertür. Sie war überglücklich und überzeugt, dass ihre Tochter sich versöhnen wollte. Allerdings hatte die Tochter Papiere vorbereitet, um die Adoption zu annullieren. Danke, dass du mich großgezogen hast, aber ab jetzt sind wir fremde Menschen. Wir haben jeder unser eigenes Leben. Du bist ein Teil meines Herzens. Und ich werde es nicht einfach so aufgeben. Völlig unerwartet. Und genau in diesem Moment kam ihr Schwiegersohn herein. Lässt du jetzt jeden Fremden in unser Haus rein? Nein, ich rede nur gerade mit der neuen Köchin. Er sah die dunkelhäutige Frau... ...mit Verachtung an und ging. Mach alles, was er sagt. Und kein einziges Wort darüber, dass wir uns kennen. Die Frau hatte noch Hoffnungen, dass sie ihre Tochter zurückgewinnen würde. Deshalb versuchte sie, den ganzen Abend ihren autoritären Schwiegersohn zufriedenzustellen. Tina, kommen Sie her! Dieses Abendessen war... ...absolut köstlich! Sie sind angestellt. Bereiten Sie sich vor, morgen werden Sie viel zu tun haben. Haben Sie irgendeine Feier geplant? Ja, meine geliebte Frau ist schwanger. Morgen findet eine Gender-Reveal-Party statt. Lass uns gehen, Schatz. Du solltest dich jetzt ausruhen. Morgen wird es anstrengend. Am nächsten Tag verließ die Frau nicht die Küche. Plötzlich erschien ihre Tochter auf der Türschwelle. Daisy, geht es dir gut? Ja, ich meine, nein. Hilf mir bitte, das Kleid zuzumachen. Erinnerst du dich an das erste Mal, als wir uns getroffen haben? Du hast auch rosa getragen. Du bist zu mir gekommen und hast gesagt, Hallo, bist du meine Mama? Seit damals gehört mein Herz dir. Und so wird es immer sein. Sie schienen wieder eine Familie zu werden. Aber der Schwiegersohn unterbrach sie. Hey, genug geredet. Die Party fängt gleich an. Bald war das Haus voll mit reichen, weißen Gästen. Die arme Frau wollte unbedingt das Geschlecht des Babys erfahren. Als der Ballon platzte, konnte sie ihre Aufregung nicht unterdrücken. Dein Traum ist wahr geworden. Ich kann es kaum erwarten, dass Shayla auf die Welt kommt. Kennt ihr euch? Und warum haben sie denselben Talisman wie meine Frau? Oh, es gibt nur zwei von diesen Armbändern. Eines gehört Daisy und das andere ihrer Mutter. Richtig, Schatz? Ich glaube, ähm... Es ist komisch, dass deine Mutter es bei der Hochzeit nicht getragen hat. Und warum ist sie nicht zur Party gekommen? Schatz. Daisy hatte viel Angst davor, entlarvt zu werden. Obwohl sie ein schlechtes Gewissen hatte, beschloss sie, ihre Mutter loszuwerden. Jetzt ist klar, woher die Köchin ein so teures Armband bekommen hat. Ich habe das Schmuckkästchen durchsucht, aber habe meins nicht gefunden. Geben Sie zurück, was Sie gestohlen haben und verschwinden Sie! Hier sind die Adoptionsaufhebungspapiere. Du hast mich so sehr blamiert, dass ich sie unterschreiben musste. Die Frau spürte einen scharfen Schmerz in ihrer Brust. Doch die Tochter ignorierte es. Oh, verschone mich mit deinen Tricks. Ich unterschreibe alles, Daisy. Seht aus, als hätte ich als Mutter versagt, indem ich ein Monster großgezogen habe. Jetzt ist es offiziell. Ich habe keine Tochter mehr. Noch bevor Daisy aufatmen konnte. Schatz, ich habe den Armband in der Wäsche gefunden. Und die Kameras zeigen, dass du es selbst dort versteckt hast. Ich kann das erklären. Allerdings wurde die Lügnerin durch einen Anruf unterbrochen. Ist das Daisy Connor? Ja, wer spricht da? Ich bin ein Intensivmediziner. Ihre Mutter hatte gerade einen Herzinfarkt. Wenn Sie sich verabschieden möchten, dann beilen Sie sich. Als sie die schreckliche Nachricht hörte, erkannte Daisy zum ersten Mal, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Sie betete unaufhörlich am Bett ihrer Mutter, ohne zu essen, zu trinken oder gar auf die Anrufe ihres Mannes zu antworten. Bitte, komm zurück zu mir. Nicht du hast als Mutter versagt. Ich war eine schreckliche Tochter. Glücklicherweise wurden Daisys Gebete erhört. Liebes, bist du das? Unsere Köchin ist deine Mutter? Warum hast du mir nichts davon erzählt? Weil ich weiß, aus was für einer Familie du kommst. Aber ich verlasse sie nicht mehr. Auch nicht für dich. Habe ich dich jemals darum gebeten? Wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert, Daisy. Ich bin kein Rassist. Werden Sie schnell wieder gesund. Denn wir brauchen eine gesunde Oma. Für Shayla. Sobald sich die Frau wieder als Teil der Familie fühlte, fand ihr Herz endlich Frieden. Das Leben ist kurz. Also schätze deine Eltern. Solange sie beide sind. Solange sie beide sind.